Einen schönen guten meine Freunde und Agrarwissenschaftler. Ja kurze Breaking News. Es gibt eine Menge heute. Und zwar haben wir ein Angelevent. Läuft bis Sonntag. Und es gibt schöne Sachen. Auf einer Seite hier gibt es hier so ein Schweine. Könnt ihr gucken beim Dreck. So ein Schwein im Sarg. Und natürlich oben die einzelnen Ziele. Bei mir hier interessant. Sechs Diamanten Deko und zwei Dokumentenrollen. Very nice. Also angelt. Es gibt natürlich hier auch diesen Angeltrick. Guckt bei mir in der Playlist rein. Habe schon etliche Videos darüber gemacht. Wie ihr große Fische fangt und ruckzuck auf die Kilos kommt. Des Weiteren hier oben neue Angebote. Und zwar 30 Diamanten für 1,19 Euro. Falls ihr das braucht. Damit könnt ihr natürlich hier noch etliche Dekos kaufen. Hier den Halloween Grabstein. Das Friedhofstor. Den Geisterzaun. Und hier das Mausoleum. Very nice. Ich liebe den ganzen Gruppen. Ich habe das hier schon alles stehen. Hier ist das Mausoleum. Die Grabsteine hier oben. Sehr gut. Sehr gut. Äh, ja. Wir kommen noch mal schnell Drehrad gucken. Oh, da gibt es schon wieder. Es gibt schon wieder. Ja, oh, oh. Verdammt. Das war knapp. Verdammt. Das war knapp. Es gibt schon wieder Gleise hier. Alter. Oh, da lassen wir doch mal ein paar Drehs da. Ein bisschen weniger drehen. Das war zu wenig. Ich mach mal bis Fünfe. Vielleicht. Boah. Ich glaube, das hat gar nichts mit Schwung zu tun. Das hat nur was mit Zufall zu tun. Das hat nur was mit Zufall zu tun. Ah. So. Und noch mal. Und noch mal. Na, 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 na. Ah, das wird nichts. Ah. Schade, schade. Das dauert ja wirklich ewig, bis wir dieses Ding da irgendwie vernünftig ausgebaut haben. Aber, ah. Ja. Vorbei, vorbei. Okay. Das war diesmal nichts gewesen. So, hier sammeln wir ein. Irgendes holen wir nicht. Was gibt es hier Schönes? Auch nichts. Auch nichts. Nee, das war's. Eigentlich das waren die Neuheiten, die Breaking News von heute. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Donnerstag. Viel Glück da draußen. Schönes Leben. Euer Onkel Jens.